Herzlich Willkommen zurück bei The Vining of Isaac. Wieder eine neue Runde, neues Glück. Letztes Mal total dämlich gescheitert an ein paar Züpfelchen. Könnt ihr euch ja gerne nochmal angucken. Es war echt sehr, sehr unglaublich doll ärgerlich. Aber wir geben natürlich nicht auf und versuchen es ein weiteres Mal. Erst bei den Gegner haben wir sogar schon bezwungen. Gerade heftig derbe. So. Können wir es ganz auch ein bisschen ruhiger angehen hier. Natürlich du scheiß Fliege. Ja, nein. Ist ja auch eine gute Position zu verstecken ausgesucht, du Sau. Bumbe. Ein heiliges etwas. Holy Shield. Mann, ist doch sexy. Ich bin jetzt super heftig und unbesiegbar. Bambam, ich bin Gotteskriegerschwein. Ich schmetze euch alle mit meinen Tränen nieder und klein. Na toll. Da auch schon der Bossraum und wir sind halt tot. Und das Einzige, was es da gibt, sind Drogen und exklusive Fliegen. Heute gar nicht so exklusiv. Ich bin jetzt schon wieder zwei Herzen. Nein, okay, mit zwei Herzen müssen wir uns jetzt in den Boss stellen. Versuchen wir unser Glück. Na ja, wir haben gottes Schild. Auf geht's. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert mit der Bombe. Und dann komm her. Endlich wieder Herzen. Eine Box mit Zeug. Eine Karte. Ein Schlüssel. Eine Bombe. Ein Geld. Eine Pille. Ich behalte die Karte. Haben wir jetzt gottes Schild verloren? Ist ja voll doof. Ne, haben wir noch. Leuchten jetzt noch nicht mehr so cool. So, und hier gab es irgendwo einen Raum mit Verschlüsseltheit. Da unten rechts. Das ist mir unbedingt mal dieses braune Symbol. Ah, da ist unser gottes Schild wieder. Ja, der Laden ist das. Mehr Geld haben wir eh nicht. we're going down basement 2 das ist noch nicht explodiert dann kommen wir gar nicht drauf konzentrieren was da ist gewesen sein ist schluss und durch die gegend gesplasht das schadet bestimmt nicht das gute buch und seit bösartige gegner die bösartigen fliegen hier traurige sperrmeln hüpfen hier rum die seelenherz das ist nur wieder ein shop ich habe mir das wohlgemerkt hier seid so scheiße fliegen die beschissensten fliegen überhaupt diese neue masse vom fliegen ist ja mies pervers hätten uns vielleicht doch noch mal ins wett legen sollen zum schluss oder war das eine andere mission bin mir gerade nicht mehr ganz sicher hey auf mich zu schießen feuer don't shoot on me fire scheißbomben das war es schon wieder oh god wir müssen uns wieder halbtot den mächtigen der mächtigen stellen monstrum monstrum stirb monstrum boah guck mir böse ist das fies finde ich richtig gut den gesichtsausbruch wir sind unneilig und böse nein rotenmeat happy up jawoll das hilft einem gesund zu werden verschimmeltes fleisch ja was nehmen wir jetzt die power davon ist ganz gut da kriegen wir ganz viele blaue herzen so lassen wir es erstmal so und später wenn es echt kritisch wird benutzen wir das gute ding katakomben 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 sterb ihr traurigen gesichter stecken aber auch gut ein der letzte endlich mal ein schlüssel endlich mal ein schlüssel erste gegner direkt mein schild verloren super na ihr pimmelchens hoch konzentriert hoch konzentriert bei der sache natürlich so ein würmchen voll mit kacke maufakt na mini schwämmchen ich meine platt ich meine schlüssel dafür bekommen ganzen aufwand hier human center pie bitches hey geht doch noch ein schlüssel sehr schön das ist ein hinterkopf naja ich mache ja von hinten zu das haben wir nie feines auch ein glas pillen toll ich glaube ich sei wirklich YOUMAN C da bist stirbt du bösartige fliege so tun wir kinder powerful aggressiv die auch einfach waren ein shop nichts bei der vagina fliege wir können so abartig weit hüpfen geht doch so was haben wir noch für räume 2 sind und noch zusammen genähten babyköpfe weg ihr seid nicht cool Okay. Er hat gesagt, komm her. Puh. So, die unten haben wir noch einen Raum. Nicht hier, ein weiter links rum. Hier, diese Sperma-Sacktypen. Oh, das sind Spinsacktypen, nicht Sperma-Sacktypen. Und wieder ein Herz, welches wir nicht gebrauchen können. Dann wollen wir mal. Auf zu The Balls. Wenn ich da durchlaufen würde, wenn ich meine Seelenherzen verlieren will. Poly-Shap-Tulus. Du siehst traurig aus. Er ist der Gott, der Pimmels. Oh Gott. Kann sich auch selber wehren, die Sau. Oh. Na, maam. Hau mir weg. Nein, 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 nein! Ich mach dich fertig. Irgendwie mach ich das. Jawoll. Squeezie, Tears up. Zwei blaue Herzen, sehr schön. Und rüber. Kurze Pause. Okay, weiter geht's. Nächste Ebene, neues Glück. Oh. Na, ganz viel. Die explodieren aber bitte die grünen hier. Okay, wir schießen auf explosives Zeug. Na, der grüne noch da hinten. Komm her. Zum Glück haben die keine Augen und wissen nicht, wo sie entschießen müssen. Uh, wer ist denn hier? Toxic Blast. Ich denke mal, das ist gut. Toi, jetzt haben wir einen Pupi auf am Popo. So, nur noch den Roten hier. Bam, 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 bam. Say goodbye, lila Spinne. Die Volkskirche. Fake day. Noch ein Typ mit Scheiß Gegner. Wir werfen ihre Knochen einfach viel zu schnell. Nein. Ach, die ohne Sch. Ach, die ohne Sch. Oh. Okay, die ohne Schniedel. Ach, Mann. Nein. Fuck. Scheiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah, diese Runde von The Binding of Isaac. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir versuchen es morgen einfach erneut. Und gegen diese Vagina-Power-Strahl-Monster. Die sind einfach scheiße. Na. Fuck. Komm rein. Ciao. Wir werden unsch riden. Wir versuchen es irgendwie noch nichtahu Hero. Ou wir abảnheten nachsch fiscal permanent auf. Vielen Dank.